Ich will das nochmal. Wenn noch ein paar Pindolinos kommen sollten, und es handelt sich um Audios, dann sind es nur Zusatzansagen, Sonderansagen, sowie die Fahrgeräusche der einzelnen Inzüge. Da habe ich zum Beispiel der Vollgasound vom 612er, die Beschleunigung vom 1440er, sowie das Anfangen und Bremsen der 425er. Und wie gesagt in Sonderansagen, da suche ich nicht viel. Aber lasst euch einfach überraschen.